damit ein hallo und herzlich willkommen zu einem neuen gameplay auf der playstation 4 ja ich hab's mir mal gegönnt das spiel weil ich hab's mir auf pc angeguckt und ich fand's ganz gut so und hab ein bisschen eben schon mal gespielt ich hab bis ja bis tag 6 überlebt das ganze spiel ist auf englisch und ja leider war kein englisch das ist egal wer wird auf mich will ich essen ja man muss hier ein paar sachen einsammeln natürlich das spiel macht richtig spaß hätte ich gedacht ja einsam 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 und natürlich wenn ihr mehr davon sehen wollt das gerade mein erstes video dann sagt mir einfach bescheid und ich werde dann ein neues video machen von don't stuff wenn du auch so ausgesprochen wird ja und ich habe ja schon die battlefield hardline beta angezeigt und ich finde so richtig geil also das spiel lohnt sich zu kaufen haben welche auch noch ein paar gameplays einstellen eins ist schon da waren kumpel von mir und es kommt noch ein weiterer ich muss mal gras einsammeln hier für lagerfeuer was ist das was ist das ein kürbis ein kürbis ein kürbis hat mal ein kürbis ein kürbis ein kürbis ein kürbis ein kürbis das passiert wenn ich jetzt das mache ich ja mitnehmen oder was ich möchte gerne mitnehmen also ich wusste nicht dass es mit kiste ist die folgen jetzt die ganze gar nicht gesehen es wird dunkel ich bin ein bisschen erkältet ja so groß ist die karte also ziemlich groß und das ist jetzt erstmal ein video wenn es euch gefällt lasse ich oder mache ich gerne noch ein paar videos aber dann fange ich noch mal so tag 2 an oder tag 3 dann fange ich erst mit dem video an beispiel ist nämlich jetzt natürlich gleich weiter aber wenn es euch gefällt dann auf jeden fall noch mehr videos davon ja wir haben gut viel essen brauchen wir noch ein paar steine und gras haben wir auch gut viel wir brauchen ein paar kleine steine ein paar kleine steinchen so hier hier finden wir schon mal Steine Steine Na ne finden Das sind noch eigentlich Steine Oh nur böse Dunkel Nein Die Verrecke Scheiße Was ist das? Nein Nein Nur weil ich keine Steine hatte Scheißen Dreck Ja Leute Das war's mit meinem ersten Video Ich hoffe euch hat's gefallen und lass ein Like da Und wenn ihr davon mehr sehen wollt Natürlich mit mehr Days Dann Sagt mir einfach Bescheid Und Ja Hau rein